Leute, was geht? Du kannst ja ein neues Video. Ja, wie nehm ich jetzt? Ich nehm, ich nehm, ähm... Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, wie ich nehm. Ich nehm jetzt einfach die Täterin. Scheiß drauf. Die Rest werden irgendwo irgendwo anders spielen, ja? Und die Leute abonniert auf jeden Fall gerne die Kreuzspieler YouTube. Und die nennen 440, Hitachi. Und die lasst gerne ein Filmchen nach oben da. Ja. Und abonniert alles. Ich steige die Ente. Was geht mit Ente? Kreuzspieler YouTube Ente. Kreuzspieler YouTube Ente. Das ist der Slatherplay Ente. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre, ich bin hier noch nie gelandet. Wollabilla. Ja, das mach ich hier schon wieder. Mit Ruhe, nice. Erster Treffer. Ja, ich kann die Präsent, ich kenne die Wasserfeuer. Chillt. Hallo, chillt. Da hätt ich. Ja, wir sind auch im Arsch der Welt gelandet, Junge. ja natürlich machte ich sollte das junge über dieses game will ich verarschen oder sterbeifel der lager so gescheitig wie oft ein kleiner hey du bist ein teammate schubst mich einfach zu stress ich habe es leider schön dünnig dies geht dann braucht zehn jahre bis man sich heilt spaß man braucht 30 jahre bis überhaupt ausgewählt hat was man heilt job das was soll die scheiße wird flicke dich zusammen kontakt zu kroner positiv oder was ich weiß ich weiß nicht so aber und zwei hier kann ich leider nicht fahrig schade kommen die gegen rasieren wir hoff ich aber es konnte ich nicht so gut spielen die typen jetzt nicht mehr oder sie glücksschwäche hände hoch ich bin fast tot scheiß lava jubel so angelackt die runde das liegt sie stark ich sehe dich wusste hin ich sehe die giga wo ist der was ist das so ein scheiße denn normalerweise ich bin eigentlich voll gut geworden ich kann nur mit der mosambi die schlechteste waffe der welt umgehen der kämpft wie eine ratte junge schmutz nie wieder wenn ich mal den scheiß vulkan gehört nie wieder jalla die dies jetzt nehme ich hier den hier zu pushen junge die anderen sind auch gerne verdammt scheiße ich habe alle bis auf jules fuß kann ich der ist karl ober habe ich doch nie gespielt hier alle doch weil hier habe ich mal kurz gespielt ein kipp wird was soll das jalla abfahrt darum werde ich nicht abbasen wenn wir jetzt wieder bei vulkan landen bläht ich lässt ja nie wieder bei chase vulkan bläht nie wieder land ich da ich schlage vor wir landen hier ja im wo ding ja alles da landen ich hab dann bei dem vulkan ich kämpf ich überhaupt null aus ich stehe mal klar man bläht was soll das man kann ich mal bauen auf jeden fall ja jetzt land ich hier leute hauptsächlich meine gute waffe mit ente was geht mit ente ich weiß nicht mehr was mein lieblings war viel weil weil ich nicht hab bis eben stoff alles mit gar nichts gar nichts keine ahnung gut war es gab nämlich ohne laser was für mich gar nicht umgehen kann schwer ich hab mal ein paar runden offenheit gespielt also ohne dinger ohne also nicht auf ich war so gut zwei case ist auch nicht so gut aber ich hatte so leise leute ja bogen gibt es jetzt auch durch sie sind so was ist hier niemand suchen was ich glaubt ab hier hat du player nödi an fönigskid Königskind. Wo verdammt die Scheiße bin? Von wo denn? Ich schwöre, mein Gott, Leute. Ich hab zwei Kais gemacht. War so gut. Ich sterb, weil ich... Ich weiß, von wo diese Scheiß-Ratten campen. Der Typ ist afkar. Jo, Leute, hier alle gute Runde. Drei Spiele. Freie. Keine Ahnung. Ich weiß, Kryptos ist geil. Wird die Karatee-Bates aufsammeln. Der wäre perfekt für das Kreuzspiel. Dieser WiiW. WiiW, dann mit dem Kameraden hochklettern. Grüß dich, ich bin. Der ist geiles. The Pierce-Said-Marshmallow. Bleist im Namen. Jo, wie viele Käse die haben, ne? Ich bin der Jobmaster. Hä, ich war echt, dass gerade nur drei, vier Kälte stand. Schätzt gar nichts mehr. Es ist nicht schon wieder bei Vulkan? Nee, 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 nee. Was soll ich für den Jobmaster-Babba-mäßig? Keine Ahnung, wo ich leide. Ich schlage wieder wie ein Dooby-Di-Doop. Komm, da muss Action, da ist Safe-Action. Keine Ahnung, ich schläge wieder wie ein Dooby-Di-Di-Di-Di-Di. Siehst du aus, als ob ich auf 8 Minuten strecke, oder was? Bin ich Flake? Nein, Spaß. Flakes ist... Papa, Flakes macht nicht die geile Videos. Du willst ja nicht sterben. Du willst mal darüber reden, Leute. Leute, zuerst was mit dem Video. Ich bin 0-0-0-1, ich spiele keine Ahnung, ich spiele wieder Läcks und Bord, Junge. Ich schwöre, ich mache zwei scheiß Kills. Aber nein, hier, ich weiß nicht, welcher mein Mates-Kill sein soll. Hier, guckt euch das an. Der kann färten ließen. Der kann gut fürs Team. Die habe ich früher einmal gespielt. Richtig gut für Helfen. Fahrtfinder. Kann pushen, hat so einen Crappler. Kann sich teleportieren. Keine Ahnung, war nie gespielt. Hat Gasbomben, richtig nice. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Hat, glaube ich, Jump-Heads. Kann Blickzäune machen. Kann Team-Makes aufheben. Kann an der Wand klettern. Kann Jack-Pack-Bomben schießen. Das ist richtig nice. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich sehe gar nichts mehr von dem Spiel, ja? Das war's mit dem Video, glaube ich, gleich. Wo soll ich landen? Ich check die Waffen nicht. Aber wenn ich einmal eine gute Waffe habe, habe ich eben so alle weg. Aber nein, der Giga, ich sehe ihn nicht, wo der ist. Kämpf wie eine Ratte, Blatt. Kämpf wie eine Ratte hinter oben. Berg, Junge, was soll das? Okay, hatte ich. Das war's mit dem Video. Ciao. Ciao.